hallo und willkommen zurück bei green hell so wir haben beim letzten mal aufgehört weil wir jetzt im norden eine tabakpflanze finden sollen warte haben wir benutze das mausrad um ach guck mal an so wir müssen richtung norden also da lang sollen wir müssen jetzt tabakpflanzen finden leben nehmen waschen hier steht zwar dass das wasser sauber ist aber das weißt du doch nie muss erst mal hinten hingehen vielleicht liegt aber ein totes typ drin so ich würde gerne die machete ausrüsten schon gewundert warum bei 1 nichts war da geht es hoch ich kann mir bei solchen spielen vorstellen dass man immer einmal extra stirbt ich kann noch nicht hochgucken natürlich so viel dazu man fällt einfach extra runter mia i know i was supposed to not call but the line snapped and i fell down good 30 feet just me are you okay i'm not sure hold on i'll walk away a bit till they can't hear you let me know once you have checked yourself so ich kann ihn gar nicht darauf schlagen ach guck mal an so untersuchen hier haben wir nichts halte c gedrückt navigationsrat und körper untersuchen ach guck mal an am bein linkes bein ist safe rechtes bein safe linker arm safe rechter arm oh das ist definitiv nicht gut ja vor allem hier ne also da muss man im dschungel halt nicht wirklich was habe ich gehört es ist alles gut nichts ist kaputt nur schrauben und schrauben nichts zu bemerken in der dschungel kann jeder schrauben gefährlich sein du musst alles aufbauen do you remember how to do it hmm i can't say that i remember look for molineria it has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers okay i'll go look for it you should have it in your notepad call me when you've treated your wound roger that over and out erstmal guck mal hier im buch hier verband wir müssen das blatt finden so sieht es also aus so die langen blätter eignen sich ideal für einen verband wirkung einfacher verband so ich weiß nicht ob sich hier sowas entzünden kann aber kann ich mir gut vorstellen ich nehme die steine einfach mit wie viele steine haben wir jetzt okay die stecken ein bisschen mehr ne ich kann den mit dem kann ich nichts machen ich lass ihn aber mal liegen falls wir irgendwann mal einen großen stein brauchen wissen wir wo er ist so das heißt wir müssen jetzt diese pflanze suchen warum blinkt der hier ich weiß wir haben hier blinkt der weil wir da was haben oder haben wir was neues ich weiß auch nicht ob das so geil ist so mit offenen beinen hier durch den dschungel zu laufen ich bin jetzt kein experte gut bei Sam vs. Wald haben wir gesehen die meisten rennen nackt durch den dschungel okay wir suchen diese pflanze hier das ist doch eine und jetzt haben wir sogar lineane geklaut gehen wir erstmal zurück zum camp so wie stelle ich es denn her ist jetzt die frage ne nur ein millioner blatt brauchen wir da muss ich ja eigentlich nichts herstellen oder wir machen drei verbände so ein bitte nutzen wie benutze ich den denn um meinen verband anzulegen startet ihr untersuchungen ah okay also untersuchungen gucken wir nochmal ob wir mit der zeit was anderes haben aber kommt wahrscheinlich mit tutorial so ein parasit wenn es sie gibt ich meine schon ich meine ich hätte im trailer sowas gesehen so hier und jetzt nehmen wir den rucksack dazu paar band so nehmen wir den rucksack dazu und suck here i am all wrapped up nicely all wrapped up nicely hmm does it hurt um um not much good hopefully it will heal fast so how are you doing i'll be initiated in a few days i am optimistic i expect to be treated as one of their own after that and i should be able to ask them questions then some elders are opposed to this though luckily chief kuhlini is on my side why are they opposed i think i think they were divided even before i joined them the chief wanted to approach the world health alliance peacefully but a few of the elders insisted on fighting now the jabahwaka basically have two factions ah okay sounds dangerous mia be careful i'm not in any danger told you i'm optimistic boah 32 tage haben wir überlebt jake i need you here jake please please answer me mia what happened mia speak to me mia jake what the hell is going on over there ja 32 tage oh wir haben hier was neues you are not prepared ja das glaube ich so jaguar jaguar die größte katze der amerikanischen kontinente sie haben starke kiefer stärkere kiefer als löwen und können mühelos in schädel ihrer beute knacken Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser Auch im Wasser, das wusste ich gar nicht Man ist nirgends sicher Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jager gestoßen Er kann von Glück reden, dass er noch lebt Ich wusste gar nicht, dass sie auch im Wasser jagen So, den haben wir, den haben wir Den haben wir Den haben wir auch Den haben wir, den haben wir Wo ist das Diktiergerät? Jetzt wird es gefährlich Finde mir Am besten nehmen wir drei Macheten mit, wa? Ich weiß ja gar nicht Wo ich lang gehen muss Oh Fuck Fuck Fuck! Das war schmutzig laut. Ich hab den Sound eigentlich runtergedreht gehabt. Oh, das war aber brutal. Okay. Ja. Oh. Was ist los? Hallo. Oh. Jake, was ist da los? Oh, komm, sprich mit mir, Jake. Warum hast du das gemacht? Oh, shit. Ich bincher undig ber Wesley. Oh, fuck. Ah. okay das war also die einführung das heißt jetzt geht es los einzeln es gibt sogar mehr spieler was haben wir denn hier ich würde sagen wir fangen mit geschichte einfach an überlebe und folge der geschichte von jake higgins ja das ist so ein endlos modus also dass wir so bauen wollen oder sowas ist ja jetzt auch mit dem spiel drin und das war vielleicht ein dlc ich weiß es nicht geschichte rein so ich würde sagen wir machen willkommen im dschungel was haben wir denn bei einem spaziergang nein wir machen willkommen im dschungel was haben wir denn hier benutzer definiert tourist grüne hölle so ausbalanciertes survival empfohlen für alle spieler empfohlen geistige gesundheit ein feindliche stämme ein raubtiere an nährstoffentzug normal willkommen im dschungel ladebildschirm auf doom mega ladebildschirm auf doom der größte ladebildschirm auf doom den es gibt bildwechsel tag eins müssen wir jetzt den anfang nochmal machen das gibt es jetzt nicht kann ich skippen ich muss das ganze jetzt nochmal machen so dann machen wir schnell erst mal wieder unseren stein ein ja gut das ist mir ja was sie jetzt nicht was sie jetzt sind ja jake um ich weiß ich weiß das könnte sein stupend unter den circunstanz um aber ich bin glatt wir sind hier ja ich fühle dich ja das ist schön noch 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 ich habe noch ist ich habe das ist wie ich weiß java wach ich bin ich bin der ich bin das ist ich bin ich bin du 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 Wenn jemand mit ihnen kommunizieren kann, dann ist es du. Das kennen wir ja schon alles. Perfekt. Ich wusste halt nicht, dass die Einführung... Wir nehmen wieder zwei Macheden mit. So, wir haben zwei von denen. Den langen, den müssen wir noch klein machen. So, von denen brauchen wir acht. Ja, ich wusste halt nicht, dass das mit dem... ...getrunkenem Wasser sauber. Hier scheint noch alles gut zu sein. Oh, wir haben sogar schon Steine. So, wir müssen alles dafür jetzt haben. Liegt hier noch mehr rum, vielleicht? Wir brauchen ja noch den Feuerbohrer. Aber nee. Ja, dass ich das jetzt nochmal machen muss, ist natürlich ein bisschen doof. Aber weißt du, wie es ist? Ja. 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 Wir haben keine Feuerbohr. Ja. 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 Da haben wir schon mal Seil. Ja. Jetzt können wir unser Wissen halt nochmal nutzen. nutzen verdammt daneben gedrückt egal wir müssen näher ans feuer ich bin zu müde um ein feuer zu machen oh mia the fire is burning how do you do it what you seem so calm ich kann das nicht überspringen ich weiß nicht warum das so ein wichtiger wissenschaftlicher ansatz ist ich bin ein bisschen worried about you meeting the yabawaka everything will be fine I need to go alone we already agreed that's the only way besides they don't seem to like you they don't seem to like outsiders they shot arrows at a military chopper hard to blame them since you published your book they've been under siege by the media scientists doctors the world health alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribes taboos but I will convince them I have to dass ich das jetzt alles nochmal machen muss ärgerlich na gut das machen wir aber alles in dieser folge nochmal dass wir nächste folge dann wirklich rein starten ist die deja vu folge hier soo den kann ich noch lichten lesen ne erstmal recording number one ich kann gar keinen dialog machen rufen ich glaube ich muss erstmal rein ausgehen ach guck mal jetzt gibt's achievements ach endlich hallo mia hey sleepyhead finally up you left already why didn't you wake me up you know I hate farewells well I was hoping we'd have breakfast together you surprised me that's all soo dann ziehen wir uns direkt die snacks ein ich mein das waren drei stück soo dann ziehen wir uns die snacks rein ich mein das waren drei stück well rested and well fed perfect and keep it that way we need that brain of yours working at peak performance I'll try to take good care of it have you found them yet see and as expected they don't want to talk they behave as if I am not here but they haven't driven you away that's a good sign you need to convince them that you're one of them mhm agreed that seems to be the right course of action I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find just be careful please I will but if I am to live like them we can't be talking so often you're right they're suspicious of technology if anything goes wrong I'll leave the village and get you on the radio otherwise you can assume everything is just fine and there is no need to worry how much does that cost? let's focus on the goal I'll be focusing on indexing new plant species I think I saw a few new specimen around here so so dann holen wir die Tabakpflanze war das jetzt schon movie hochklettern? ich weiß es gar nicht wenn ich keine Fanze oooh f... 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 mich mir ich wusste es nicht zugecuz aber eine linke verfügt und ich halte gegeben 30 ft jazamiel wofür bist du okay? Okay? Ich bin nicht sicher. Hold on. Ich gehe ein bisschen weg, damit sie dich nicht hören können. Lass mich wissen, dass du dich selbst bemerkst. Oh, das ist definitiv nicht gut. Sonst haben wir aber nichts, ne? Es ist alles okay. Nichts ist kaputt. Es ist nur Schrauben und Schrauben. Nichts, was zu bemerken. In der Dunkel kann jeder Schrauben gefährlich sein. Du musst alles aufbauen. Erinnerst du, wie du es machst? Ja. Haben wir ja eben erst gemacht. Ja, ich mache es. Molinaria. Lange, schmutzige, älter Schrauben. Schrauben mit yellow Blumen. Das ist alles. Okay. Ich schaue es. So, dann haben wir das. Machen wir direkt. Stellen direkt wieder drei her. Verdammt. Verdammt. Muss man aufpassen, dass man nicht daneben drückt. Ich habe noch was bei N. Ach, man kann hier umblättern. Ach, den haben wir noch nicht gelesen. So, Senk-Kondition führt ohne Behandlung zu Infektion. Okay, das kann sich wirklich infizieren. So, es dauert was zum Abheilen, verhindert Infektion. Und mit Desinfektionsmittel beschleunigt das. Okay. Kass. Here I am. All wrapped up nicely. Oh, does it hurt? Ugh, like hell. Awww. Porresito mio. Imagine, I am hugging you now. Mhm. Better? Ah, a bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask them questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuhini is on my side. Why are they opposed? I think... I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully. But a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you. I'm optimistic. Mhm. Jake. Please come in. Jake. Please come in. Jake. I need you here. Jake. Please. Please answer me. Mia? What happened? Mia. Speak to me. Mia. What the hell is going on over there? Kuchen. Ja, die bekriegen sich jetzt, war doch klar. Ja. So, wird laut. Aufpassen. Das war nämlich zu laut. Vor allem, was haben die da geholfen? Die rufen und rufen. Lala galala galala galala. Hello. Jake. What the hell is going on there? Come on. Speak to me, Jake. Ob die, da kommt jetzt gleich das Flugzeug, die damit schon wieder wegfliegt, aber dann würde ich da ja Ewigkeiten liegen. So, und beim nächsten Mal, wo es dann richtig losgeht, äh, Quatsch, das war's für diese Folge, beim nächsten Mal sehen wir, wie es dann richtig losgeht, jetzt habe ich mich aber voll verarspelt, also bis dann, tschau!